Wie kannst du eine Betragsungleichung lösen? Genau das zeige ich dir hier mal mit diesem Beispiel. Und zwar der Betrag von 15 plus 3 soll größer oder gleich 7 sein. Wie geht man so etwas an? Nun erst einmal von der Überlegung her. Also wir haben etwas auf der linken Seite und das soll größer oder gleich 7 sein. Gleich wäre also 7. 7 ist gleich 7. Das würde passen. Oder etwas größer noch. 10 ist größer als 7. 15 ist größer als 7. Und daher hier die erste mögliche Bedingung. A größer gleich B. Machen wir das mal hier konkret. Also es muss größer sein als B. B ist hier 7. Und A ist das, was auf der linken Seite steht. 5z plus 3. Also linke Seite größer oder gleich rechte Seite. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit siehst du hier schon weiter rechts. Und zwar das, was auf der linken Seite steht, könnte auch kleiner oder gleich minus B sein. Warum das Ganze? Nun, wir bilden ja hier den Betrag. Und wir könnten jetzt zum Beispiel eine negative Zahl raushaben. Zum Beispiel minus 10. Und der Betrag von minus 10 wäre plus 10 und damit auch wieder größer oder gleich 7. Daher ist das hier die zweite Möglichkeit. A. Also 5z plus 3 kleiner gleich minus B. Also minus 7. Das wäre die Alternative. Sehen wir uns beide Fälle einmal an. Also 5z plus 3 größer gleich 7. Das wäre die eine Möglichkeit. Lösen wir nach z auf. Also erst einmal 3 subtrahieren. 5z größer gleich 7 minus 3 ist 4. Wir teilen 1 durch 5. Also z größer gleich 4,5. Ein Beispiel. Also 4,5 sind ja 0,8. Schreibe ich nochmal hin. Z größer gleich 0,8. So wäre jetzt z zum Beispiel 1. Dann hätten wir hier oben Betrag von 5 mal 1 plus 3 größer gleich 7. Also Betrag von 5 plus 3 größer gleich 7. 5 plus 3 ist 8. 8 Betrag größer gleich 7. Oder 8 größer gleich 7. Das wäre also eine Möglichkeit. Grüne Kasten drum. Dann 5z plus 3 kleiner gleich minus 7. Auch hier nach z auflösen. Also erst einmal 3 subtrahieren. 5z kleiner gleich minus 10. Wir teilen durch 5z kleiner gleich minus 2. Das wäre die zweite Lösung. Probieren wir auch gleich mal aus. Also so. Z muss also kleiner oder gleich minus 2 sein. Probieren wir es einmal mit z gleich minus 3. Also Betragsstrich. 5 mal z. Also 5 mal minus 3 plus 3. Betragsstrich. Größer gleich 7. Dann 5 mal minus 5 ergibt minus 15. Plus 3. Größer gleich 7. Also hier auf Betragsstriche dran denken. Dann minus 15 plus 3 ist minus 12. Und der Betrag von minus 12 ist plus 12. Und das ist größer gleich 7. Also Lösungen für diese Aufgabe. Z entweder größer gleich 0,8 oder z kleiner gleich minus 2. Mehr zu Betragsungleichungen findest du entweder in der Endcard oder auf meinem Kanal.